Es ist wohl eine der schönsten Arbeitsplätze, die man sich vorstellen kann, Schloss Seeburg am Schweizer Ufer des Bodensees. Hier arbeiten Stipendiaten des kulturwissenschaftlichen Kollegen der Universität Konstanz. Das Kolleg ist eine der wichtigsten Einrichtungen des Exzellenzclusters kulturelle Grundlagen von Integration. Wissenschaftler haben hier bis zu einem Jahr lang die Möglichkeit, an ihren Projekten zu arbeiten. Ayat Najafi ist als Kollegiat der einzige Künstler unter den Geisteswissenschaftlern. Der Regisseur, Autor und Bühnenbildner kommt aus dem Iran und arbeitet seit Oktober 2008 in Konstanz. Er schreibt an dem Theaterstück Lady Teheran, das im Sommer mit studentischen Darstellern uraufgeführt wird. Zuerst die Geschichte ist in Teheran und es ist ganz ganz typisch iranische Geschichte und ich wollte wissen, was passiert mit dieser Geschichte in Europa oder in Deutschland. Nur wenige Minuten von Schloss Seeburg entfernt ist Professor Philip Smith auf dem Weg zur Arbeit in die Konstanzer Bischofsvilla, dem zweiten Kolleg-Standort. Der britische Soziologe untersucht die Entwicklung des Risikobewusstseins in der Gesellschaft. Er will wissen, wie beispielsweise Katastrophenszenarien von Wissenschaftlern kommentiert und von der Öffentlichkeit aufgenommen werden. Dabei geht es ihm auch um die Rolle der Massenmedien. Philip Smith ist von der renommierten Yale University für ein Jahr an das Kolleg nach Konstanz gekommen. Er ist einer von 20 Stipendiaten aus der ganzen Welt. Für mich gibt es dafür zwei Gründe. Einer ist, dass es hier in Konstanz ein sehr gutes Forschungsteam für kulturelle Soziologie gibt, das von Professor Gießen geleitet wird. Wir haben eine lange währende Verbindung zwischen dem Yale Center for Cultural Sociology und Professor Gießen. Der andere Grund ist, dass ich hier ein paar tausend Meilen von den USA entfernt bin, wo ich sonst arbeite. Und wenn ich weg bin, finde ich es gut, unerreichbar zu sein für Sitzungen und andere kleine Dinge, die viel Zeit kosten. Entfernung ist wirklich sehr wichtig. Außerdem kann Philip Smith mit Literaturwissenschaftlern, Philosophen, Politik- und Rechtswissenschaftlern zusammenarbeiten. Denn im Exzellenzcluster werden fachliche Barrieren überwunden. Ein Konzept, das Rudolf Schlögl und Albrecht Koschorke gemeinsam mit ihren Kollegen an der Universität Konstanz entwickelt haben. Der dortige Cluster ist der erste geisteswissenschaftliche Forschungsverbund, der 2006 Exzellenzstatus erhalten hat. Das Besondere am Konstanzercluster ist, dass wir ein Thema gefunden haben gemeinsam, das es uns erlaubt, auf der einen Seite Grundlagenprobleme der Geistes- und Sozialwissenschaften zu thematisieren, das uns auch dazu herausfordert, dies zu tun und das aber auf der anderen Seite in einem breiten Fächerspektrum sehr aktuelle Themen in den Geistes- und Sozialwissenschaften aufruft und uns Gelegenheit gibt, uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir sprechen ja von kulturellen Grundlagen von Integration. Damit meinen wir aber mindestens genauso Desintegration. Das ist ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Und wir fragen nach den kulturellen Grundlagen nicht im Sinn von gemeinsamen Werten, sondern wir fragen nach den Verhandlungsgrundlagen. Wie wird kulturell ausgehandelt, wie Gesellschaften zusammenhalten oder wie eben auch Konflikte stattfinden. Um Integration geht es auch Yasemin Seutemel. Die 30-Jährige beschäftigt sich damit, welche Vorbilder bei türkisch-deutschen Jugendlichen zwischen den Kulturen Identität stiften. In Berlin befragt sie dazu junge Menschen aus der dritten türkisch-deutschen Einwanderergeneration. Wir möchten zunächst anhand der Vorbilder der deutsch-türkischen Jugendlichen ihre Muster der Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen nachzeichnen, um möglicherweise zu verstehen, was ihnen wichtig ist. Und daraus könnte man dann natürlich das in die Politik transferieren. Politik spielt auch in Ayat Najafis Theaterstück Ledi Teheran eine Rolle, das er mit Studenten probt. Es erzählt die Geschichte einer Schauspielerin in der iranischen Hauptstadt vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist dazu gezwungen, sich im Untergrund durchzuschlagen. Dabei schlüpft sie in die Rolle eines Mannes. Durch die Überschreitung der Geschlechterrolle entzieht sie sich dem Zugriff der Autoritäten. In Konstanz beschäftigen sich Künstler und Wissenschaftler mit den Fragen der kulturellen Integration nicht nur hinter verschlossenen Türen. Sind sie verheiratet? Najafis Theaterstück zeigt, wie ihre Arbeit auch für eine breite Öffentlichkeit lebendig wird.